Die Nachricht traf die Fans von Florian Silbereisen und Helene Fischer wie ein Schock. Florian Silbereisen, der strahlende Star des deutschen Schlagers, hatte einen seltenen Unfall erlitten, der ihn vorübergehend an den Rollstuhl fesselte. Diese unerwartete Wendung in ihrem Leben sorgte für große Besorgnis, doch am Ende gab es eine Überraschung, die alle Erwartungen übertraf und die Herzen der Fans tief berührte. Alles begann an einem sonnigen Nachmittag, als Florian sich auf den Weg machte, und einige Vorbereitungen für seine bevorstehenden Auftritte zu treffen. Doch was als ganz normaler Tag begann, endete in einem Albtraum. Bei einem unglücklichen Sturz verletzte er sich schwer an der Wirbelsäule, was ihn sofort ins Krankenhaus brachte. Die Ärzte diagnostizierten eine seltene und komplizierte Verletzung, die dazu führte, dass Florian für eine gewisse Zeit im Rollstuhl bleiben musste. Die Schlagzeilen überschlugen sich, und die Fans waren in großer Sorge um ihren Idol. Helene Fischer, die an Florians Seite war, zeigte in dieser schwierigen Zeit eine beeindruckende Stärke. Sie wich keinen Moment von seiner Seite, unterstützte ihn, wo sie nur konnte, und half ihm, die neue Realität zu akzeptieren. Doch während alle davon ausgingen, dass dies ein langer, beschwerlicher Weg zur Genesung sein würde, kam alles anders. Nach einigen Wochen intensiver Reha und ärztlicher Betreuung gab es plötzlich unerwartete Fortschritte. Florian, der zunächst geglaubt hatte, sein Leben würde sich für immer verändern, begann langsam, wieder Gefühl in seinen Beinen zu spüren. Mit großer Anstrengung und dem unermüdlichen Beistand von Helene, die ihn bei jeder Übung anspornte, konnte er schließlich die ersten Schritte aus dem Rollstuhl machen. Es war ein Wunder, sagte Florian später in einem Interview. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell wieder auf den Beinen sein würde. Aber die Unterstützung und Liebe von Helene haben mir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Doch die größte Überraschung kam, als Florian und Helene beschlossen, ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben zu lassen. Bei einem Konzert, das als sein großes Comeback geplant war, betrat Florian die Bühne diesmal jedoch nicht im Rollstuhl, sondern auf eigenen Beinen. Die Fans waren außer sich vor Freude und konnten es kaum glauben. Helene, die während des Auftritts an seiner Seite war, blickte Florian mit Tränen in den Augen an. Ich bin so stolz auf dich, flüsterte sie ihm zu, bevor sie sich ans Mikrofon wandte. Dieser Mann hat sich nicht nur durch unglaubliche Willenskraft zurückgekämpft, sondern er hat auch gezeigt, was wahre Liebe und Entschlossenheit bewirken können. Die Menge reagierte mit tosendem Applaus, während Florian und Helene sich in den Armen hielten. Es war ein Moment purer Freude und Erleichterung, der zeigte, dass selbst die größten Herausforderungen im Leben mit Mut, Liebe und Unterstützung überwunden werden können. Florian Silbereisen und Helene Fischer haben an diesem Abend nicht nur ihr eigenes Glück gefeiert, sondern auch ihre Fans inspiriert, um ihnen Hoffnung gegeben. Ihre Geschichte zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann und dass selbst in den dunkelsten Zeiten immer Licht am Ende des Tunnels zu finden ist. Diese unerwartete Wendung in ihrem Leben wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben und als Beispiel dafür dienen, was man mit Entschlossenheit und der Unterstützung eines geliebten Menschen erreichen kann.